Willkommen in Portugal. Mein Name ist Paulo und ich bin in Lissabon geboren. Als kleines Kind bin ich mit meinen Eltern in Deutschland gewesen und habe dort die Schule besucht. Ich lebe in Lissabon und bin seit nun fast 24 Jahren als offizieller Reiseleiter in Portugal unterwegs. Ich bezeichne meine Tätigkeit nicht als Beruf, für mich ist es eine Art zu leben. Meine Heimatstadt Lissabon ist eine Stadt voller Licht. Der Tejo und die fast immer scheinende Sonne lassen die portugiesische Hauptstadt wie ein Farbenmeer aufleuchten und unterstreichen ihre Schönheit und einzigartige Architektur. Die alte Kopfsteinpflasterarbeiten, die fliesenverkleidete Hausfassaden oder Schmiedeiserne Arbeiten in den Balkonen sind nur einige der Besonderheiten dieser Stadt. Ich organisiere auch private maßgeschneiderte Fahrten zu allen Regionen Portugals. private Portugal-Rundreisen entweder mit kleineren Wagen oder in größeren Bussen. Mein Ziel ist, dass ihr Besuch ein schönes und vergessliches Erlebnis ist.